Das ist er, der neue Van-E. Vollintegrierter Komfort im kompakten Paket. Mit, ich glaube, knapp 7 Meter Länge und... Kritischer Fehler. Van-E-Know-How ungenügend. Oh, wer bist du denn? Die künstliche, neuralgische, allwissende, umgängliche Spezialintelligenz. Kurz Knaus. Ha, umgänglich sagst du? Lade Features Van-Klasse. Der neue Knaus Van-E. Länge 5,99 oder 6,96 Meter. Breite 2,20 Meter. Riesige Panorama-Frontscheibe. Einmalige Rundumsicht. Dynamisches Handling im Straßenverkehr. Das Fahrgefühl ist wirklich phänomenal und dank neuem Fiat Chassis nochmal komfortabler. Fiat Ducato Serie 8. Brandneues Interieur mit elektronischer Servolenkung. Steifigkeit der Lenkung wird für höhere Präzision und einfaches Einparken an Fahrgeschwindigkeit angepasst. Typisch, auch beim Fahren brauchst du Computerunterstützung. Brauchen nicht. Aber sicherer ist es natürlich schon. Oh. Was passiert denn hier? Optionale Ein- und Ausstiegshilfe. Auch für Fahrertüre verfügbar. Hier wird einem ja echt der rote Teppich ausgerollt. Korrigiere. Der Knaus-blaue Teppich. Denn im WEMI stecken über 60 Jahre Erfahrung. Lade Roomtour. Wow. Was habt ihr denn hier gemacht? Revolutionäre Fold-Expand-Technologie. Neue Produktionsmethode expandiert Heckwand bis zum Heckleuchtenträger. Ergebnis 10 cm mehr Innenraum. Das ist ja mal richtig genial. Sieht echt schick aus. Auch die Eingangstür kommt mir breiter vor. Stylish, gemütlich, hochwertig, mit quercaschiertem Holz und frischem Absatzdekor. So stelle ich mir modernen Wohnraum vor. Fold-Expand. Raumgreifender Möbelbau und großzügiger Lounge. Abgeschreckte Möbelgeometrie für maximales Raumgefühl. Als 550 MF mit französischen und 650 MEG mit Einzelbetten. Hier steckt echt eine ganze Menge Know-how drin. Ich sehe auch schon viele Funktionen und Lösungen, die du mir sicher gleich ganz genau erklären wirst. Aber natürlich. Sitz eindrehen, Tisch einrichten und schon haben wir eine Lounge für 5 Personen. Die Sitze hier gibt es auf Wunsch auch in der exklusiven Variante mit Luftfederung. Optimierte Gurtbockverkleidung für 12 cm mehr Raum in der Sitzgruppe. Folster mit ausgeprägter Lordosenstütze für besten Sitzkomfort. Das Hubbett verschwindet einfach über dem Fahrerhaus. Mit integrierter Verriegelung senkt es sich sicher nach unten über Dashboard- und Fahrersitze. Und kommt damit weiter runter als bei teilintegrierten. Einfach durchdacht. Optimierter Einstieg, praktische LED-Spots und Ablagen. Vorteil, die Sitzgruppe bleibt weiter nutzbar. Über der Sitzbank ist Platz für einen 27 Zoll LCD-TV. Der ist ab sofort auch smart. Also einfach mit dem Internet verbinden und loslegen. Das ist der Klang deutscher Ingenieurskunst. Alle Schubladen und Deckenschränke sind mit Soft-Close-Funktion und automatischer Verriegelung ausgestattet. Die Küche kommt mit zwei Flammkocher und tiefer Spüle, sowie rollengelagerten Schubladen mit Vollauszug. Extrem robust. Arbeitsplatte und Küchenrückwand sind hochfest mit HPL beschichtet. Und das auf Augenhöhe. Direkt an den Küchenblock angeschlossen. Ach ja, natürlich mit Eisfach. Niemand von zu Hause kennt. Nichts ist schlimmer als nur halb gedacht. Zum Glück hier nicht der Fall. Selbst wenn die Arbeitsplattenerweiterung ausgeklappt ist, komme ich noch dran vorbei. Das ist mal kleiner Raum. Ganz groß. Das Komfortbad kommt mit drehbarer Toilette, großzügigem Waschtisch und vielen praktischen eingelassenen Staufächern. Nur duschen muss man wohl draus. Kritischer Fehler. Dusche bereits betreten. Multifunktionale Schwenkwand erzeugt abgeschlossene Duschkabine. Alles einfach zusammengefasst. Füll- und Reinigungsöffnung für den Frischwassertank. Ablasshähne für den Frisch- und Abwassertank. Frostwächter für die Wasserleitungen. Und hier ist noch Platz für den neuen Wasserfilter von Blue Water. Sorgt nicht nur für reines Wasser, sondern filtert auch noch Viren. Am zentralen Bedienpanel habe ich Frischabwasser und Batteriestände direkt im Blick. Und kann zentral alle Lichter im Fahrzeug ein- und ausschalten. Außerdem wird hier die Wasserpumpe aktiviert. Auf Wunsch verbauen wir jetzt eine Lithium-Ionen-Batterie. Ergebnis bis zu 10 Kilogramm gespart und höhere Energiedichte mit bis zu 100 nutzbaren Ampere-Stunden. Damit auch alles dabei ist, gibt es im Heck bei beiden Grundrissen eine großzügige Garage. Hier im 650 MEG geht diese sogar über die gesamte Fahrzeugbreite. Außerdem haben wir hier zentral die gesamte Elektronik des Fahrzeugs zusammengefasst. Optimierung. Gasflaschen jetzt nebeneinander und damit einfach zu gönnen. Dynamisch kommt er daher. Mit der stylischen Bugmaske und der Voll-LED-Beleuchtung. Nicht nur im Design, sondern auch beim Thema Sicherheit ein Ausrufezeichen. Die optimierten KNAUS CAT-EYE EVOLUTION Rückleuchten. Automotiver Fold-Expand, klare Linienführung und moderne Produktgrafik. Typisch KNAUS. Mit dem praktischen Kleiderschrank und den integrierten Trittstufen. Einfach eintauchen. Umgeben von der harmonischen Ambientebeleuchtung. Beste Voraussetzung zum Sterne-Gucken. Mit dem riesigen Panorama-Fenster. Einzelbetten im 650 MEG. Französisches Bett im 550 MF. Beide mit über zwei Metern Länge. Lade. Lade. Keine weiteren Informationen verfügbar. Ha! Ich glaube, ich habe noch was für dich. Und zwar den Preis. Denn der neue KNAUS VAN-E ist nicht nur besser, sondern auch günstiger als zuvor. Und das muss man erst mal schaffen. Und das muss man erst mal machen. Und das muss man erst mal machen. Und das muss man erst mal machen.